Vor das Video startet, wollte ich euch noch mal eine Kleinigkeit zeigen. Ich habe jetzt meine eigenen T-Shirts von meinem Kanal. Feuerwerk verbieten, nicht mit uns. Das ist die Vorderseite und hier die Hinterseite. YouTube, Kanal PiroTV, 100% Piro. Ja Leute, ich habe erstmal zwei Stück bestellt. Wie findet ihr die? Würdet ihr Interesse haben an solchen T-Shirts? Schreibt das mal in die Kommentare. Ja Leute, dann geht es jetzt los mit dem Video. Viel Spaß. So, jetzt die Thunder Kong Smoke von Leslie. In allen Farben werden die jetzt getestet. Ich stelle die einfach mal in der Reihe auf. So. So, wir fangen mal an mit Blau. Genau, mit der Farbe Blau fangen wir mal an. Schauen wir mal, wie die so sind. Wo ist denn die Lunte hier richtig? Wo geht die denn rein? Ah, da oben. So. So, jetzt der Rote. Geht aber woanders lang. Auch cool. Der Grüne. Und noch der Gelbe. So, jetzt. Das war's für heute.